Eeeeh... Iron Dagger... Habt ihr auch was gescheites? Sowas vielleicht? Was ist denn das? Ne Bomb? Wie jetzt? Oh! Oh! Ohlal! Mein Gott... Oh Gott... So eine Schwache... Äh... In die Richtung sollte ich weiter... So... Okay, Ruckel Ruckel... Im Wald... Des Todes... Hey, da oben bekriegt sich jemand... Oh, der ist jetzt tot... So... Das war Pech für den Bär... Der ist einfach ein bisschen... Zutiefst gefallen... Oh... Oh mein Gott... So... So... Ich bin nicht gedrückt... Ähm... Möchte ich gar nicht drücken... Hä? Ah... Lol... Ich bin dumm... So... Endrun... Da wurde leider nichts draus... Also... Was ist denn das hier eigentlich für ein Scheiß, weil der ohne Spaß sitzt... Ich mach mich da raus... Ich mach mich da raus... Äh... Hm... Oh, das sieht ja cool aus... Oh... Oh... Nein... Zeig mir nicht, dass ich Schokopedia übergekommen habe... Da ist Lava... Lava... Da sind Schweine... Da waren Schweine... Oh, ich seh rechts den Tower... Da möchte ich jetzt noch hin... Zu dem Tower gehen wir jetzt noch kurz... Wo ist denn der? Hä? Das ist Wasser... Boah... Ja, komm... Ach so... Hey... Ich hab' ich grad gewundert, wie sie ich nicht untergehe... Ich stürme schon... So... Und... Schmeiß jetzt hier einfach mal weg... Ich hab' auch keinen Hut mehr... Ich hab' 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 keinen Hut... Oh... 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 Ich bin ja... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Ja, ist sicher, Alter... Du treibst nicht... Nein... Bietest... Wien... 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 So... Einfach mal wieder alles rausgeschmissen... Denn wir brauchen ja eh nichts... 8 weil ich hab selbst im normalen Minecraft und nicht den Sinn gefunden um zum Beispiel also dass uns essen kann immer halt keine sind aber um wir haben die Haube ich um im Kino ich bin scheiße ich bin ein Skelett oder geht hier nichts mehr rein doch 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 okay gut so schnell 1 2 fällt der Zumbie von mir rüber habe ich Schokopedia wie ich hab Schokopedia hier wie weit geht es noch Spinne 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 Hö, nur Spinne was für die Ton Dombie Kiste gucken und nach oben ich muss gucken wo das reinpasst dann muss es ja da sein kann es nur da sein oh, zwei Skeleton oh, der ist nach unten Zombie oh, der ist auch nach unten Skelett Alter, wie viel ist denn hier los alles kommt nach oben oh, im Flug okay ist noch nicht die letzte Teile okay ähhhhh Skelett oh, ich hauste Skelette können wir mal alle an den Eiern lutschen ähhhhh ehhhhhh so immer noch nicht die letzte Teile okay guck, 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 guck ja sicher Wie viele Skelette übertreibt nicht. So, jetzt. Leck. Ich hab doch grad eben ein Skeleton gehört. Zum Beispiel. Wo? Wo? Hier. Da-dum. So, letzt. Alter, ohne Spaß. Geh da rein. So, ich denk vor... Vorletzte Etage. Ja. Zum Tower Battle. Was für ein Tower Battle, Junge? Was laberst du? So, auf dich hab ich gewartet. Wer schreibt? Was? Was ist da im TS? Bin ich im TS? Ach ja, ich bin ja im TS. Ups. Kann ich gleich mal gucken. So, einmal. Das ist das andere Mal. Und, äh... Ja, raus. Miau! Puh, da geht's kaputt. So, Papier. Papier. Weine. Sammeln genau. Zwei... Ne, halt, äh... Vier groß... Loll das Momentum. Vier große Backpacks voll. Und dann... Würde ich sagen... Trete ich mal die Heimreise an. So, das kann ich entfernen hier. Das kann ich auch entfernen hier. So. Höhe 80. Jawohl. So, wir sind zu Hause. Das war's für die Aufnahme hier. Ich glaub, es sind ja nicht ganz 99 Folgen. Ähm, muss ich vielleicht noch eine kleine Aufnahmesession dann dranhängen. Auf jeden Fall sag ich mal, äh, tschüss. Und, ähm, ja, ich stell mich jetzt hier oben hin. Und dann sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.